und genau in dem moment ich mache es mal meine an bord und dann werden wir mit sandro reden erst mal einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen zu pokémon hart gold hier bei der tv und jetzt darf sandro reden guten abend war die sandro am apparat noch wach sabrina wird jeden fall frei jeden freitagnacht im hafen von lilyana gesichtet ihre pferde sind wirklich unergründlich ok ok warum ich eigentlich noch netz drin weiß ich nicht in der letzten folge hat dieses wundervolle pokémon mit den namen torno eine mega tolle attacke gelernt nimmt den namen erupian mein starter mein süßes starter pokémon und jetzt durchforsten wir weiterhin hüllen und gebiete wie zum beispiel jetzt weiterhin die silberhöhle diesmal aber den anderen teil mit guolking guck mal an guolking ja wenn aber vorne ja sorry ja aber ich glaube guolking ist eines von wenigen wasser pokémon was keine wasserattacke kann aber nochmal zerschneider überlebt es vielleicht fangen wir es tut ja nicht also es ist eigentlich schmutzpielen egal aber es gibt gute xp ja zwei ok ach guck mal jetzt ein goldini 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 ja ja so was daneben gegangen jetzt kommt furiumschlag eins zwei oh zweimal getroffen gut ich hätte jetzt schon gedacht das wäre jetzt keine ahnung viel zu wenig perfekt zum fangen verdammt ist keine aquawelle aber es bringt uns jetzt nicht um also nicht zumindest mein tornoopto aber wir haben ja beim letzten mal schon zwei pokémon gefangen und ich bin diesmal bei diesem mal dieses mal nicht auch noch und klick da war goldini gefangen ich hätte goldini okay so neuer pokédex eintrag goldini ein goldfisch pokémon typ wasser 0,6 meter groß 15 kilo schwer seine brust rücken schweif und noch mal seine brust rücken und schweifflossen sehen anmutig aus daher nennt man es den wassertänzer also so anmutig kein spitznamen so drauf geht's ist ein kleiner wasserfall ne so kleiner wasserfall ich bin erstmal hier weiter weil wir hier noch gar nicht waren oh expertengurt bin ich jetzt eine experte wenn ich ihn aufsetze ein item zum tragen dieser alte gürtel verstärkt sehr effektive attacken uuuuuhhhhhh damit könnte man pokémon also rasieren ha sehr interessant gut dann bleiben wir weiterhin auf dem wasser ich würde jetzt nur lachen dass wir jetzt dass das jetzt hier quasi eine sackgasse wäre ich dachte es mir du brauchst für den silberberg sowohl kraxler als auch kaskade oh jetzt jetzt wird's jetzt wird's jetzt wird's interessant jetzt wird's interessant jetzt kämpfe ich mit dir gold king also so richtig eruption scha boing boing ich glaub du überlebst es oder auch nicht okay dann nicht 1092 xp guck mal 58 ist auch nicht mehr weit ich kann auch einfach hier hopps oh ein mensch am silberberg oh jetzt nicht mehr doch oh ich hab's von da nicht gesehen ne ja gut welches pokémon nervt jetzt kommt's ein georock level 42 so ne hab da so keine lust drauf so ne guck mal ein kamerakauz ne hab leider nicht das ganze team mit dabei zwei fehlen oh guck mal auch nix level 42 ne aber guck mal ne wir sind schon fast auf level äh 58 warum machen wir nicht noch eine l'eroption 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 ich mag das aber naja so na 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 so da genau ah guck mal siehste aber wir brauchen definitiv hier kraxler und kaskade ne also mit so vielen attacken also wenn man wenn wir jetzt wirklich rot besiegen würden wollen dann müsste wadibab kraxler lernen und ähm lanti müsste theoretisch noch kaskade lernen ja also bei jeweils einem pokémon immer eine gute attacke weg aber naja so zack jetzt kommt pokémon level 55 oder so level 43 was ist der da sind nein ich weiß das wäre level up aber nö NEIN 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 LAVADOS wo wäre eigentlich LAVADOS sonst ach ja in der siegesstraße ne in der siegesstraße wäre LAVADOS sonst eigentlich ne oh my goodness sollen wir es versuchen ok Arctos Arctos haben wir Zapdos ist uns sagen wir mal entfleucht also wollte sich nicht fangen lassen ne ich habe aber auch nicht so viele Bälle mit ne wir können es ja mal mit dem mit der Anzahl an Bällen die wir haben ja gerne mal probieren ne also ich könnte es halt immer noch also wie gesagt ich habe es mir abgeschminkt alle drei Vögel zu fangen weil sollen wir einfach mal ich hätte jetzt nämlich noch gelacht wenn es Shiny gewesen wäre ah er Zwinger ok versuchen wir es erstmal so zu schmecken ich habe ein bisschen Schiss ohne Witz oh Gott Antikraft oh sehr effektiv für Tony na gut dann machen wir Eruption bringt halt nicht viel weil weil Feuer aber vielleicht mal gucken na na ja ist nicht so stark weil ne so dann setze ich gleich mal einen Top Trank ein bei Tony ah nicht so effektiv ich weiß erstmal Top Trank ich hoffe nur dass jetzt das Lavados nicht nochmal eine Antikraft einsetzt so 139 Kp wieder aufgeladen Luftschnitt das ist normal effektiv das ist auch schon sehr viel machen wir mal Flammenwurf und dann versuche ich es mal mit dem Hyperball ich weiß es lässt sich schwer fangen das haben wir ja schon bei Zapdos gesehen gut Bodyguard na ok wird von einem Schleier umhüllt so dann würde ich es jetzt mal probieren guck ich habe nur noch 13 Hyperwelle also das ist ein bisschen peinlich das wärs jetzt gewesen also das wärs jetzt gewesen das hätte ich Zapdos unter die Nase gerieben aber derbst unter die Nase gerieben das Problem ist Luftschnitt ist stark ein Luftschnitt noch und dann ist es down Wetten jetzt lässt sich nicht mehr fangen Wetten jetzt bricht jetzt nach dem ersten direkt aus siehste siehste das ist diese Masche das ist diese doofe Masche Antikraft Tony ist weg Tony ist weg aber ich flüchte nicht nö ich flüchte nicht nächstes Pokémon rufen wir das traust du dich nicht äh Lavados das traust du dir nicht so ich mach mal einfach mal ich mach mal einfach nur ein Beleber damit Tony auch XP kriegt Flammenwurf auf dem Wasser Pokémon hallo hallo äh Antikraft ist glaube ich Boden ne mehr Boden ne ah das kann auch schief gehen komm probieren wir es jetzt nochmal wenn es jetzt beim zweiten Mal wieder nur beim ne bei dieser Animation wieder raus springt dann äh jetzt wackelt es auch einfach nur also ihr habt es schon gesehen beim ersten Mal also ihr seht jetzt nicht wieder eine Folge wie bei Zapdos ne wo ich jetzt hier durchgehend fange ich hab ja nur wie gesagt ihr habt es gesehen 12, 13 ähm jetzt nur noch 10 Hyperbälle also selbst wenn es jetzt drin bleibt dann ist es schön dann haben wir ein Lavados aber das wird glaube ich sag wenn ich alle Hyperbälle wenn ich keine Hyperbälle mehr habe bringe ich es um dann ist es egal aber ich glaube das ist auch sehr effektiv ne normal effektiv aha interessant ja ja Lavados was was du jetzt nun vorhin wie findest du das was können wir einmal einen Toptrank einsetzen so 165 165 so jetzt nochmal Bodyguard ein ich weiß gar nicht ich habe eigentlich auch irgendwie keine Lust jetzt durchgehend immer Bälle draufzuhauen so ich habe nicht mehr ne egal komm ja guck mal weißt du was eigentlich eigentlich lohnt sich das nicht bin ich gebe ich ganz ehrlich zu eigentlich lohnt sich das nicht ich weiß viele werden jetzt sagen ey du Idiot was machst du da und so weiter, jetzt mehr Bälle kaufen sollen, ich habe ja schon, nachdem ich Zapdos ja nicht mehr gekriegt habe, habe ich mir ja schon gesagt, gut, dann nur Arctos, dann halt Pech gehabt, ne, also, wie gesagt, wenn es jetzt noch ein Wunder geschieht, dass ich jetzt noch Lavados fange, schön und gut, aber es wird halt etwas fehlen, und das ist nämlich Zapdos, weil ich Zapdos nämlich nicht gefangen habe, das war ja im Kraftwerk, da habe ich es ja, wie gesagt, nicht fangen können, eins, diese bricht wieder aus, das ist bisher jetzt, wie gesagt, beim ersten Mal, ich sage, wenn es dann drin gewesen wäre, also ich, ich weiß nicht, ich habe mir einen Schnaps geholt, ich muss mal kurz meine Wasserflasche suchen, damit ich mal da ein bisschen was rauskränke, inzwischen schmeiße ich wieder einen Ball, es bricht aus, guck mal, es lohnt sich gar nicht, was soll ich noch bei den Pokémon machen, Ja, was soll ich noch bei den Pokémon machen, wenn ich es jetzt irgendwie vergiften könnte, gut, das wäre dann halt, wie gesagt, wirklich, so, komm, einmal mache ich es jetzt noch, dann haue ich wieder einen Top-Trank drauf, auf Lanty, Ja, ich glaube, der wird jetzt wohl wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht, oder? Nein, aber in die rote Phase, gut, so, dann setzen wir mal wieder einen Top-Trank ein, Das sind diesmal fast 200 KP, die aufgefüllt werden, 100, wie viel, 100, ne, 197, ne, oder? Wie viel waren das? Ne, 193, ne? 197, doch, 197, ha, ich kann doch rechnen, war die kein Mathe, Ja, 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 ich wollte noch nicht angreifen, zwei Stück habe ich noch, die zwei setze ich noch ein, Ja, dachte ich mir schon, ne, dachte ich mir schon, so, letzter Versuch, letzter Hyperball, ich fange keine legendären mit Superbällen, nein, Ich würde lachen, wenn ich jetzt Superball schmeiße, ja, gut, okay, dann, äh, soll ich Arctos freilassen? Komm, ich schmeiß einen Superball, und ich bin mir sicher, bricht sofort aus. Gleich doch, siehst du, gut, ne, ist weg, komm, ich mach's weg, ich mach's weg, ich mach's weg, was soll ich machen, Hydro-Pumpe, Surfer, vielleicht nur eine Elektro-Attacke, wäre eh doppelt effektiv, weil, Komm mal, Blubstrahl, Ist mir egal, sorry, Leute, wenn ihr da euch so aufregt, aber, Ich hab's mir schon bei Zapdos mit zwei Folgen angetan, nö. So, Tony, 58, Lanti, auch 58, Guck mal, So, Tom ruft an, Warum hab ich eigentlich Empfang in einer Höhle? Hallo, ich bin's, Tom, alles okay? Oh ja, ich kämpfe neulich gegen dieses Radfratz, Aber es ist mir immer entwischt, als einer vorbeilaufenden Schönheit, na, Na gut, Interessiert mich eigentlich, äh, nichts. So, hat's eigentlich was hinterlassen? Nö. Kann sich ja rot jetzt hier hinstellen. Nein. So. Ist hier eigentlich etwas? Warte mal. Hier ist, Wow, Ein Hyperball! Ist hier eigentlich noch etwas? Egal. Nun denn, Gut, Können wir ja Schaufler machen. So. Weil eigentlich haben wir jetzt alles erforscht. Wir sind bei rot gewesen, Wir haben jetzt auch Lavados hier gefunden, In dem Raum. Also, Ich sag's jetzt so, wie's ist. Eigentlich können wir jetzt, äh, Bald noch in eine andere Höhle gehen. Aber, Für die müssen wir uns erstmal auch noch ready machen, ne? Deswegen, Bedanke ich mich bei meinen beiden Pokémon, Die ich mitgenommen habe. Ne? Bewegen wir mal. Bewegen. So, Pokémon Team. Halo, Raus. Georock, Raus. So. Rein Und Rein. So ein bisschen sortieren. Ne? Ich weiß gar nicht, In welchem Level ist es Amphi? Guck mal, Amphi auch. 58. Hui. 55, 55. Also, Das wären die beiden nächsten. Das wären nicht wirklich die beiden nächsten, Die wir noch trainieren müssten. Aber ich weiß doch nie, ne? Oh. Ich weiß doch nicht. Mutti, Mutti, Mutti. Ich mag Tonopto. Ich mag es. Es mag mich. Ich mag es. Ach. So. Aber lohnt es sich jetzt schon zu Ende zu machen? Ich weiß nicht. Ne? Wie schaut es denn eigentlich mit unseren drei geheimnisvollen Pokémon aus? Eigentlich stellt sich immer noch eine bestimmte Frage. Und zwar nämlich über Suicune. Weil erstmal wollte ich was nachschauen. Na gut, das ist da unten. Aber wir könnten ja zumindest das mal machen, Indem wir auf dem Weg nach Azuria City gehen. Weil ich würde mal einfach mal kackendreist behaupten, Jetzt sind wir wieder in Jotow, Falls ihr es bemerkt habt mit der gelingenden Musik. Ähm, Dass, ähm, Wie heißt? Ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dankeschön. Dankeschön, Galopper. Ne? Dankeschön. Ähm. Alter. Darf ich überhaupt angreifen? Darf mein Tonopter überhaupt angreifen? Soll ich Eruption benutzen? Das kann ja nur noch Zerschneider als normale Attacke, um gegen Feuer-Pokémon anzukommen. Komm mal, Eruption ist mir jetzt scheißegal. Ei, 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 ei. So. Eruption müsste, glaube ich, in diesem Sinne reichen. Theoretisch. Kurz auf. Sehr gut. So. Okay. So. Nächstes. Tangela wäre nicht schlecht. Danke. Ja, aber es ist ja, Ja. Leider. Aber ist egal. So. Auch hier machen wir mal Flammen, Wurf. Wurfende Flamme. Weißt du? So. Na, na, na. Da, 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 da. Und Schuskowski. 124 XP. Sehr, sehr schön. So. Ja, also ich lauf richtig. Der ganze Kram, der ganze Bereichchen voll mit Gras, ne? Oh, Sneebel traut sich auch nach draußen, ist nicht nur im Silberberg, oder wie es ja heißt, in der Silberberghöhle. Finde ich auch irgendwie komisch, dass es Silberberghöhle heißt, aber so normal heißt es eigentlich Silberberg, ne? Hä? Aber naja. Die anderen nicht. Das ist leider das Problem. Die anderen könnte ich da nicht trainieren. Also Taubi wäre noch möglich. Aber müssten wir halt mal gucken. Mal ganz kurz mal gucken. Es ist zwischen Azuria und Saphonia. Nach Azuria will ich gerne. Da bleibt es jetzt gerade. Aber ich habe keine Bälle. Da steht er auch noch. So. So. Jetzt sind wir in Vertania City. So. Gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Dann in den Markt kaufen wir uns mal. Ich würde mal sagen. 50. Ich will noch mal kurz was überprüfen. Wegen meinen anderen Pokémon. Falls ihr es in der letzten Folge mitbekommen habt. Ich wollte meinen anwesenden Pokémon. bis auf das Georock und Perlu. KP Plus und Calcium und so geben. Und das wollten die nicht mehr. Deswegen wollte ich jetzt mal was nachschauen. Bevor ich die Dinger verkaufe. Taubi. Nimmst du das? Nein. Nimm es nicht. Amphi. Nimmst du das? Amphi nimmt es. So. Wie schaut es mit Eisen aus? Nimmst du das? Nimmt es? Oh. Mein Amphi versaut mir immer alles. Toll. Oh. Es hat nur ein Eisen genommen. So. Das war jetzt gerade gar nichts. Bin einfach nur auf zurückgekommen. Ne. Auch nicht. Hab ich eigentlich. Auch nicht. Gut. Keiner nimmt mir das restliche Eisen. Was ist mit KP Plus? Da hab ich Lanti noch nicht geguckt. Ne. Lanti ist voll mit 230 KP. Ha. Amphi nimmt. Nimmt auch nicht. Oh. Kann ich etwa hier. KP Plus. Oh. Ich kann KP Plus verkaufen. Eis Eisler hab ich auch. Und ich hab vier Sonderbonbons. Also. Die behalte ich aber. Die behalte ich aber. So. Dann gehen wir mal in den Laden. So. Sie kann suchen. Verkaufen. Erstmal den Eisheiler hier. Wir haben auch 125.000 Pokedollar. Also es ist schon was Gutes. 4.900. Bedenkend hier jetzt. Kriegen wir schön. 9.800. Ist auch gut Geld. So. Haben wir noch irgendwie was zum Verkaufen? Kraut zum Rauchen. Fluchtseil. Zu was Fluchtseil, wenn wir Dingens haben. Ich guck mal gerade. Topschutz haben wir noch. Für den Fall der Fälle. Weil wir ja gesehen haben. Hab ich auch noch sogar diese Mini- und Riesenpilze. So. Jetzt machen wir erstmal hier. Oh. 60.000. So. 60.000. Aber ich hab mir noch so gedacht. Na gut. Das nicht. Top Genesung. 4 Stück. Ja. Jetzt sind wir auch fast wieder schon. Top Trank. Auch schon 12.000 Pokedollar. Naja. Nun gut. Okay. So. Dann haben wir zumindest mal wieder ein paar Pokedolle. In petto. Wir haben 51 Hyperbälle im Übrigen. Also. Das nicht bitte zu vergessen. So. Dann fliegen wir nach Azurias City. Und werden dann in der nächsten Folge. Ähm. Die nächste Höhle erforschen. Das wird die Azurias Höhle sein. Ähm. Das wird interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir da rein dürfen. Ich glaub wir dürfen da schon rein. Ne. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Aber das werden wir dann sehen. Also. Wenn wir nächste Woche. Nächstes Mal. Azurias Höhle. Fragezeichen. Das seht ihr dann hier. Bei Games Play. In Pokémon Heart Gold. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuschauen. Ähm. Abonniert den YouTube-Kanal ganz fleißig. Äh. News und Videos gibt's natürlich auf derchotv.de. Und wir sehen uns natürlich auch wieder. Hier. Auf. Äh. Bei derchotv. Bis dahin. Tschüss.